Da 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 Alter, ich dachte eben, dass hier rechts eben was auftaucht, aber es war der eigene Schatten, Alter. Bin da! Wer noch? Parcours! Moin! Da ist wieder ein Toter. Ja, mit den Toten, das hat dieses Spiel so. Das ist so ein Ding. Tja, hätte er mal nicht Kopf und Kragen reduzieren sollen. Hätte er sich mal nicht so kopflos ins Verderben stürzen sollen. Hey, Jonathan. Na, hängst du hier auch ab? Finde ich gut, dass du hier den Überblick behältst. Das ist das, was wir gesehen haben. Hey, das Brennburger Tor. Das Brennburger Tor? Oh. Ab jetzt würde ich mir Sorgen machen. Wegen des Feuers? Das brennt in den Augen. Hey, Digga, lass mal Shisha-Bar. Ich weiß nicht mal, ob das eine Shisha ist. Ja, ich habe durchgeguckt und meinte, es ist groß. Das war ein Shisha-Set. Haha, für sicher. Den Doktor erreicht. Es ist ja so schwer heutzutage, mal einen Doktor zu erreichen. Gut, gehen hier raus. Ich muss raus. Push, push. Rechtsklick war ja mal werfen, ne? Kannst du irgendwas gegenwerfen? Das Baby. Junge, was? Was war das? Wir haben aus Versehen das Rätsel schon gelöst, wie wir hier wieder rauskommen. Die Sachen gehen nicht kaputt. Unglaublich stabil, das ist das. Geil. Was ist das da noch? Ich hoffe, ich habe es sehr erfreut. Hier, so eine Schere. Kannst du auch nicht mitnehmen. Das ist der Lauf. Ich glaube, das ist der schwerste Bleistift der Welt. Eine sehr leichte Tür. Alter. Du hast noch gar keinen Kistenturm gebaut. Das stimmt. Vor allem, der hört halt auch nicht auf. Der hört einfach auf. Okay, die Spielzeit dieses Spiels ist ungefähr 50 Stunden. Allein, weil Sachen rumrollen. Cool. Sorry, die Folge geht noch ein bisschen. Hui. Vor allem, fliegt es einfach echt für immer? Für immer. Für immer. Das hört sich auch. Der kräutert einfach immer. Wollst du jetzt auch für immer? Na, fast. Die Entscheidung wurde uns... Zettel auf dem Boden, Zettel auf dem Boden, Zettel auf dem Boden, Zettel auf dem Boden. Das ist der lauteste Bleistift. Jetzt pack den weg, ey. Das ist ja unerträglich. Ich liebe es. So. Oh, oh. Jo, okay, komm. Der Bleistift, das ist jetzt viel zu laut, Mann. Ist das geil. So, hier liegen die Sachen. Hier liegt wieder was zum Angucken. Puppen, Puppen fallen mir auch nicht gruselig. Ich möchte ein Spiel spielen. Die haben hier Öl. Passt auf, dass die Amerikaner euch nicht direkt demokratisieren wollen. Lass es. Oh. Gut. Into the void. Käfer. Weg ist er. Die rumbaggen. Verstehst du? Nee. Kannst du beim Orb irgendwas machen? Ich kann so geile Kniebeuge machen hier an. Happy Pupps Day, lieber Bob. Der Kuchen ist runtergefallen, aber Happy Pupps Day, der ist runtergefallen. Echt? Ja, speziell. Du hast ein Portal im Boden gehabt. Alter, Tarsi, du musst wirklich aufpassen, wo du hingehst. Du hast so ein Talent dafür, dich zu verletzen. Kann der Körper... Vielleicht sollte ich alle Stellen markieren, an denen wir fallen. Kannst du stehenbleiben, bitte? Kannst du bitte einmal stehenbleiben und nicht die ganze Zeit... Nein, wir fallen. Oh, das Schipottel gestern. Amari! Ja? Hier ist ein Mann, der möchte Bilder mit traurigen Eulen. Vielleicht sollte ich einfach für die Folgen so einen Hall auf unsere Stimme legen. Die ganze Zeit. Jetzt werden wir in der Höhle. Bestimmt gar nicht anstrengend. Hallo? Oh? Wenn man da sein Ohr dran hält, dann kann man das Meer rauschen hören. Hallo? Omi? 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 Ist hier was drin? Hallo? Ist da Omi drin? Blö, vor allem das I. Was kriegt ihr denn hier links rum? Einfach ein Elchen, Alter. Iiii! Das ist einfach ein fucking Elchen. Ist ja widerlich. Oh Gott! Junge! Ich dachte, wir spielen den verdammten Adventure Mode. Ich hab ein Brett und ich werd's benutzen. Ja, okay. Wow. Geht gleich weiter. Aber stell dir vor, wie cool wär das, wenn die jetzt alle auf einmal sich bewegen. Panzer of the Desert. What is your wisdom? Und auch... Oh Gott. Alter. Dreckiger Kackvogel. Ich hoffe natürlich, ihr guckt dieses Let's Play mit Kopfhörern. Und im Dunkeln und nachts um zwölf. Nur da kann man diese Folgen anscheinend gucken. Oh. Fliegt die da einfach so lang? Einfach so? Ist das das Geräusch? Was für die... Die Mentoren oder was? Oh Gott. Alter, ich hab nen nackten Ghoul-Hintern gesehen. Du freu dich schon mal, wenn du überhaupt nen nackten Hintern siehst. Da werd ich mich jetzt nicht beschweren. Oh. Der ist einfach da. Das kann man bestimmt auch noch aufmachen. Also ich hoffe halt, ganz halt einfach... Oh. Oh. Wow. Hat sie uns gerade... Das ist wirklich... What the fuck, man? Warum hab ich den nicht gesehen? Alter. Warum ist mir der nicht aufgefallen? Ah! Den hab ich gar nicht gesehen. Aber ja, uns auch nicht. Sie scheinen halt nichts zu machen in dem Sinne, oder dich nicht anzugreifen. Hm. Oh Gott. Oh, Alter. Hast du das etwa, Butsch? Ich hoffe. Ich seh ja auch, die Folge ist eigentlich schon lange vorbei. Fuck you. Du hast ihn getötet, Alter. Jopp. Du kannst die Leiche nicht anfassen. Do not remove tools. Los, remove the tools, komm. Ha! Ha! So, was machst du? Was machst du? Wenn das der Hauptmann wüsste. Was ist, wenn man jetzt woanders hinschießt? Das kostet. Fuck! Aber kommt uns da nicht der Schatten jagen? Mach das vielleicht noch nicht sofort. Ach guck mal, da ist es sogar noch visualisiert. Lass erst Vita sammeln. Okay. Okay. Zum Glück ist dieses Spiel überhaupt nicht weird. Und alles ist komplett und leicht verständlich. Ha! So sieht es nämlich aus. Sehr gut.